So, hallo und willkommen zurück. Äh, wir waren stehen geblieben. Ich hab das ernsthaft schon vergessen, was ich machen wollte, ne? Achso, die Schmiede hatte ich ja gebaut. Du hast dir doch Leben hingeschmissen. Genau, und du hattest mir ganz viel Leben gegeben, genau das war das. Naja, viel. Naja, aber zumindestens so, wo soll die Schmiede hin? Die Frage an den Innenraumdesigner. Komm weg, du stehst du weg. Ja, Moment, den muss ich mal die Schmiede ausrüsten. So. Du musst jetzt mal gucken, hier ist unser Schlafzimmer. Mach die hier hin. Oder, warte, 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 bevor du baust. Hier sind Badezimmer. Das bleibt zu. Ja. Ja? Ja. So, es ist 22 Uhr, die Nacht beginnt. So dahin, wo du gesagt hast, ja? Ja, quasi hier so genau mit dich, wenn du das kannst. Ja, das schon, aber da ist das Fenster. Ist doch egal. Ist doch egal, ob da das Fenster ist. So, Brennstoff. So, Lehm wird reingeschmolzen. Heißt, die Schmiede läuft. Uhu. Das heißt, wir bräuchten mal eine Kiste. Äh, ja, ich hab aber noch keine Nägel oder sonst welchen Schmonzes. Ja, ich hab nur vier Nägel. Na? Aus Maismilk kannst du ja Essen machen. Der Sound ist übel. Äh, ich komm mal schnell. Akkus. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich sortiere so wie immer. Ohne Sortierung läuft hier einfach nichts. So. Bin zwar gnadenlos überlasse wieder, aber das ist mir egal. So, weiter, weiter. So. Ich habe natürlich jetzt erstmal nur eine Schmiede. Ich weiß gar nicht, warum ich die Schmiede jetzt gebaut habe wie so ein Lappen. Ich wollte doch eigentlich winnige Sachen machen. So. Gute Arbeit. Wie, wofür? Naja, ich habe jetzt mein Lagerfeuer gebaut und jetzt... Warum hast du hier noch ein Lagerfeuer? Weil ich das in meiner Quest muss doch. Achso. Und außerdem haben wir denn Licht. Ach ja, jetzt weiß ich, warum ich die Schmiede gebaut habe. Mann. Och, geil. Um Nägel zu machen. Ne, den Kochgrill. Ich brauche 31 Eisen. Eisen. Hier. Da geht gleich aber nicht alles in die Schmiede. Na gut, machen wir mal so. Dann halt noch 115. Das müsste ja uns erstmal reichen, 115. Falls wir irgendwas verstärken müssten oder so, ne? Falls irgendwas kommt, was unvorhergesehen war. Wie bitte? Nägel. Nägel. Kann ich Nägel hier drin machen? Nägel. Ja. Nägel brauche ich. Eisen und... Joa, naja, dann stellen wir doch nachher mal Eisen her. Wie viel brauchst du denn? Äh... 20. Machen wir. Komm sofort. Hast du was eingehauen gerade? Ja. Okay, gut. Guck doch da drüber. Guck doch rüber. Die Wand muss angerissen werden. Oh, ich hab Durst. Äh, ist im Dings drinne, tatsächlich. Im... Im Eckschrank. Küche. Ich hab Hunger. Ach, du ahnst du nicht. Und im Herd sind Essenssachen drinne. Äh, aus Maiskolben. Was macht man aus Maiskolben? Da kannst du gekochten Mais machen. Das kann ich nachher machen, alles. Ist gut. Ich hab mal fünf Wasser rausgenommen, ja? Ähm... Ja, ja, ja. Ja, ich wollte das... Oh, die Nägel hab ich. Jetzt wollte ich das Rost machen. Du konntest es nicht weiter am Fenster stellen. Ging nicht, nein. Och, Grill, so. Dann fertigen wir den Shit jetzt. Wir haben aber nur noch neun, äh, Bretter. Also neunmal Heizstoff. Uff. Naja, das wird irgendwann besser. Ach, das ist fertig. Sehr gut. Sehr gut. Dann... Wo ist denn unser Kochfeuer? Draußen. Also hier, Küche. Hier, hier vorne. Ah, hier. Äh, dann kriegt das jetzt einen Topf. Dann kriegt das jetzt ein Grillrost. Dann kann ich... Wo ist denn mein Rezept für Eier und Speck? Ähm. Shit. Hehehe. Da kommt man durcheinander. Aha, Gott. Das war doch auf unserem... ...andern Server. Bevor die Welt generiert wurde. Die hab ich doch hier über eine Stunde generieren lassen. Ja. Hast du Nägel? Ne, hab ich dir doch... Achso, ja, hier. Hab ich doch gesagt, hab ich gemacht. Hier, bitte schon. Hab ich dir Nägel? Hab ich dir hingelegt? Gut. Hast du gesehen? Ja. Ist er schon wieder weg. Cool. Ey, mich wirkt das grad an. Muss mal kurz gucken, ob ich schon was lernen kann, genau? Ne, natürlich nicht. Ähm. Kann ich mich hier auf den Durchgucken und sagen, wie viel ihm noch fehlt? Hier, hier, ne? 8791 bis zum nächsten Level. Wir haben ja zum Glück erst Tag 3. Uff. Nicht so lecker. Was schreib ich denn da? Hm. Achso, ich hab mal die Schmelze noch, ne? Wo ist denn die? Komm. Lass ihn rein damit. Hätten wir so große gebraucht, ja? Also für, für, äh, die Schmiede so ne großen Kisten? Was schreib ich denn da? Jetzt haben wir natürlich kein Klebeband mehr oder so, ne? Kein Kleber. Ich nehm mal die Maiskolben mit. Vielleicht kann ich jetzt daraus schon was herstellen, ja? Ja, mach das. Von meinen Rezepten her. Könnte ich machen, brauche aber dafür den Chefkoch. Also. Ich hab doch kochen gelernt oder etwa nicht? Oder hab ich das nicht in Kochen investiert worden? Weiß ich nicht. Nein, hab ich nicht. Du musst doch nicht vergucken. Shit. Ja, dann. Hätten wir nicht so viel. Außer Zeug abzubauen hier. Das ist ein elektrisches Teil. Na, das brauchst du nachher für irgendwelche Sachen, glaube ich. Soweit ich das weiß. Die Schmelze oder was? Nee, nachher für irgendwelche Sachen, ne? Achso. Was machst du denn da? Noch einen oben. Mit so'n Flach. Okay. 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 Meine Güte. Das ist echt Mist, ne? Warum? Naja, dass ich das Rezept nicht habe. Ich hab gedacht, wir haben das Rezept noch. War voller Vorfreude, dass ich das machen kann. Und ja, war da nicht so viel. Armes Putt-Putt. Naja, wir werden verhungern. Wie immer. Ja, da ist es wieder. Wir werden einfach verhungern. Wollen wir mal kurz in die Luke gehen? Da ist rote Licht. Ja, komm mal mit. Ich will dir mal was zeigen. Komm mal mit. Gucken wir mal, was ich hier gefunden habe. Komm mal ins Wohnzimmer. Äh, ja. Guck mal da. Warst du da schon? Nein. Da liegt eine. Ja. Sie liegt. Ich will nicht. Ich will nicht. Meine Mitte hier. Weiße. Das stört der Werkband. Ich hab doch hier ne Rohrzange. Ja, die können wir damit abbauen, ja. Ach so. Ich wüsste ich noch nicht. Ich hab mich noch nicht verfasst. Ach, da gibt es Metall. 35 Metall und so. Die kannst du damit abbauen. Hier, guck. Zack, Alter. 71 Metall. Äh, ich hab massig Hunger. Hast du irgendwas bei? Jo, ich hab grad Essen gelootet. Dann geht mal bitte schnell her. Wird sterben. Ah. Ne, es war trinken, was ich gelootet hab. Bitte. Dann. Dann geh hoch und hol dir was. Ich hab. Im Ofen. Geh hoch im Ofen. Ach, im Ofen. In der Küche quasi. Ja, Musiker benutzen, ja. Waren wenigstens 10 Nahrung. Hab zwar immer noch Hunger. Wie sauer. Besser als gar nichts. Ja, ja. Also, wir haben... Wir haben einen Keller. Das ist cool. Wir haben einen Keller. Hast du diese Poppets-Tour schon? Nee. Yes. Kannst du gleich rangehen? Was? Bitte geh ran. Geh ran. Was ist das? Öl und... Ah. Pass mal auf. Ach so, nee. Das ist ein Bauplan. Eisen-Vorschlaghammer. Brauchst du den? Was ist das? Ach so, Schrotis. Brauchst du einen Bauplan? Oder soll ich... Nee, ich lern den einfach. Lern du. Ich hab Nadel- und Faden-Band 1. Äh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal kurz. Nadel und Faden. Ich muss mal gucken, was das macht. Von Kopf bis Fuß die neuste Mode. Jede Ausgabe präsentiert neue Designs für Kleidung und höchster Qualität. Du kannst Bücher lesen, um dauerhafte Eigenschaften freizuschalten. Die ist alle... Was war denn das für ein Band? Band 1. Ja, dann liest du das. Oder du. Ja, wir müssen das sowieso über die Dauer alles lesen. Das stimmt. Das stimmt. Ich hab dir noch Sachen hingeschmissen. Hab ich schon eingeatmet, was auch immer das alles war. Bühnasuppe, die esse ich gleich. Ja, deswegen hab ich sie dir hingeschmissen. Alles cool, wir haben hier Licht. So, jetzt ab hier. Hast du Eisenschienen? Schienen? Ja, hast du welche? Hier, musst du... Hier, trag die. Ich hab schon ein paar. Ich seh damit aber so hässlich aus. Ja, und? Das geht ja darum, dass du dich erstmal schützt. Okay. Ne, also das ist ja das Wichtigste. Alles klar, das ist unsere Luke von oben. So, okay. Ehrlich, das muss nicht mehr hier unten die Schmelzchen gebaut. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Hier ist noch irgendein Müll. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich auch, mit 8. Wurde mal ein bisschen aufräumen. Ich bin überladen. Nud. Was ist hell? Wie sieht denn eigentlich meine Stats jetzt aus? Kann ich schon wieder irgendwo freischalten? Dann durst du dich. Was auch sonst? Ne, immer noch nicht. Ja, ich hab immer noch Hunger und so. Ich werde, du, soll ich das Schnitzel jetzt einfach durchbraten? Oder kann ich erstmal, warte, gekochtes Ei kann ich erstmal herstellen. Das ist mal besser als gar nichts, ne? Weil, äh, der Rest macht ja nicht viel Sinn nachher. So. Mal gucken, wo meine... Ah, hier ist die Schmiede, die hat kein Dings mehr drin. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Alter, ich bin schon wieder so voll. Maismehl. Elektrische Teile. Zerlegen wir doch einfach. Hier sind noch... Was ist das hier? Ah, Kohle. Ja, die Kohle. Wenn denn die Schmelze. Zack einschalten. Hier. Wenn wir den Messing. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Schmelze arbeitet. Ich muss auf jeden Fall jetzt Koch lernen als nächstes. Was ist ein grober Schrot? Ist das nicht für Waffenherstellung? Ich denke für die Patronen, ja. Genau. Genau, also ist das Waffe. 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 Wir sind auf jeden Fall bei Tag Nummer 3. Ja. Das ist scheiße neblig. Ist doch gut. Mach die Tür gleich wieder zu. War mir klar. Ja, wir müssten mal gucken. Habe ich nicht IP gekriegt? Mir fehlen immer noch 4.800 IP. Und wir trinken im Ofen. Ne, ei. Dannat auch noch 5.900 IP. Was mache ich mit dem Fahrradwerkrahmen? Äh, wie? Hast du einen Rahmen? Ja. Das ist ein Fahrrad, Digga. Bitte schön. Oh, ach da. Ja. Das muss hier irgendwo rin. Also, weil wenn du Räder gefunden hast, kannst du das zusammenschrauben, Digga. Da haben wir ein Fahrrad zusammen durch die Gegend heizen. Nimm mich hinten rauf. Was ist denn das hier? Bastelzeug. Ja, da tun wir das gleich mal rein. Den Rahmen. Wieso? Das ist ja... Ja, ja. Das ist zum Basteln. Glaub mir das. So, hier ist Leder. Ich brauche immer noch Klebeband. Wir müssen los, Leute. Aber ich bin voll. Was ist denn das hier? Pass auf. Machen wir anders. Wo hast du denn die elektrischen Teile hingeschmissen? Die sind auch da drinnen. Juh, der sehe ich gerade. Äh, ich habe noch einen Kaffee. Warte, ich werde jetzt einfach schnell vier Wasser holen. Halt, nimm noch mehr. Ich habe noch vier Gläser. Halt, hier, 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 hier. Warte. Ja. Ach so, Schatzi, willst du mal sowas anziehen? Was ist die? Ja, na, aber. Ja, doch. Sehr schön. Na, ja, sieht doch viel besser aus. Aus wie so ein richtiger... Blippi, alter. Mein Magen. Mein Magen. Na, zehn bringt es und ich kochte das Ei wenigstens. Ne, 15, oh. Ne, zehn. Oh, ich bräuchte auch eins. Ja, ist hier. Ich könnte natürlich jetzt einfach... Ja, komm. Ich brate das Fleisch, was soll sein. Ne, kann ich ja noch nicht. Das war das, ja. Ich kann das... Oh. Haben wir Holz? Äh, weiß ich nicht. Ja. Ich mache erst mal diesen Billobaum kaputt, hier. Mach mal richtig die Billohacke draus. Ach ja, eine Hacke habe ich ja nicht mehr. Du brauchst auch keine Hacke oder meinst du eine Spitzhacke? Hakenstellen, da bist du. So, nächsten Billobaum, alter, 1200. Der gönnt sich richtig. Ja, jetzt ist meine Axt auch kaputt. Pass mal auf, wenn ich die jetzt kaputt mache. Und eine neue bauen will. Ist diese denn eigentlich Level 2? Weil ich habe ja eigentlich... Level 2. Alles. Äh, ich habe keine Pflanzenfasern. Weiß ja nicht, ich schwärze mich. Ja, ne, jetzt auch nicht. Habe ich bestimmt wieder weggepackt wollen, ne? Und einen Stein brauche ich. Oh, ne. Leeres Vogelnest. Ja, ja. Da waren schon wieder die... ...Bünder unterwegs hier. Das ist alles abgeräumt vom Vogelnest. Kann das sein? Und warum? Na, weil, äh, das mir so vorkommt. Ja, wenn ich jetzt eine Axt fährt, der ist die jetzt Stufe 2. Immer noch nicht. Aha. Und warum nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich braucht man wirklich die Werkbank dazu. Denn es sind die, die automatisch die anderen Sachen. So ein, äh, Level 2, die du herstellen kannst. Das ist aber eine Axt, wäre schon... So, wollen wir uns mal leer machen und mal wieder rüber gehen? Ja, du brauchst Stahlwerkzeug oder Steinaxt. Anders gibt's die nicht. Ah. Ja, müssen, müssen wir eigentlich, ne? Wie spät haben wir... Ah, erst 7. Das passt sehr gut. Ja, deswegen frage ich ja. Hm, ja, Moment, aber da muss ich das Fleisch braten, geht halt nicht anders. Ja, ja, dann mach das doch erst mal. Ja, aber ich wollte das Fleisch machen, aber das kann ich ja noch nicht. Trink immer noch nicht leeren, Alter. Ne, jo, dann muss ich das, dann machen wir uns das Fleisch, okay? Das heißt gar nichts. Mache ich erst mal 10 Stück, ja? Dann packe ich... Bastelzeug... Ich packe das mal neben der Kochstelle, ja? Das Fleisch in der Bastelzeugkiste. Ja, ich wollte ja noch eine Kiste machen. Ich brauche ja noch ein bisschen Nägel. So, wo hast du die, 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 äh... Kleidung, wo kommt die hin? Hab ich noch nicht, deswegen, ich brauche Nägel. Ne, Moment, Kleidung, hattest du doch hier irgendwo so eine Waschmisch? Ne, ja, oder? Nein, es war nicht hier. Mein Milchschrank, was war da noch? Hab ich da noch was? Ja, oder Vera Creme hab ich noch. Ui, 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 ui. Achso, äh, und... So. Hier ist jetzt richtig unser Essensecker mit Kochen. Dass wir das auch gleich da reinpacken können. Wie meinst du das? Hier, Herd. Achso. Hast du da den... Ne, dann musst du das... Ähm, ich hätte das auf den Herd gemacht, aber... Lass das Licht da, bitte. Dann mach es mal mit, ich das Feuer, bitte. Kannst du das nehmen? Ne, ich würde das genau da hinhaben. Äh, dann muss ich mal hier hinkommen. Ich hab das vielleicht schon rausgenommen. Wie macht der noch? Ne, 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 alles gut, ja. Ich muss... Ja. Hier, komm. Ne, lass, komm mal weg da. Ne. Pack grad Sachen rein, Schatz. Ich muss grad gucken. Pflastersteine. Kommen die ne Bastelkiste oder eher in... Bastelkiste würde ich das machen. Mach ich's bei den Steinmettern. Was für Holz hast du nur hier? Also, ich nehm den mal mit. So, die 5 nehmen mal mit und tun die nach... Ach, da ist ja nur Holz drin. Gut, dann kommt das Rost hier rein und der Tutt hier rein. So. Äh, wo bist du? Hier. Hier hast du 5 mal Fleisch. Hinter dir. Äh, hier ist noch Mais mehr, Rinder mit. Ja, jetzt muss ich bloß unsere Kleidung loswerden, unseren Zeug. Ja, ich bau grad ne Kiste. Hier ist Nitrit. So. So, die Kleidung. Was machst du mit den Eicheln? Äh, äh, da ist ne Kiste drin. Mit Nitrat, verrottetem Fleisch und so ein Quark. Ja, und da mach ich die Eicheln mit so, ja? Genau. Habe ich jetzt noch die Waffe hier. So. So. Dann kann das Holz wieder zurück. Habe ich jetzt die Kisten oder nicht? Ach ja. So. So, dann wollen wir sagen, dann mach ich hier mal kurz wieder den Cut. Ist wieder 30 Minuten um. Dann sehen wir uns, äh, in aller Frische in der nächsten Folge wieder. Und, äh, werden wir nochmal auf die Loot-Tour gehen. Wir haben es ja erst 9.32 Uhr. Das heißt, äh, danke schön. Und nächsten. Mach ich erst mal auch die Mods mit drin. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020